Hey Leute, ich bin Siano 257 und endlich haben die Winterferien begonnen. Ne, Weihnachtssferien. Winterferien sind erst nächstes Jahr. Stoß. Ja, das war gerade mein guter Freund Kula 381, der wie versprochen diesen Partner nun leiten wird. Guten Morgen Leute. Guten Tag. Ja, guten Tag. Was für eine Zeit ist ja doch mal. Ja, gut. Es kommt immer drauf an, weil sie sich das Video angucken. Ja. So, bei uns ist es gerade so nachmittags so eine Art. Ja, und du wirst dich gegen Belle Bull versuchen. Und ich übergebe dir jetzt erstmal schnell das Wort. Wieso soll ich das tun? Mach einfach. Ja, hallo Leute. Also, ich bin Siano 351 und das ist mein erster Part von überhaupt einem Let's Play. Ich weiß, was ich überhaupt nicht eins machen werde. Ähm, ja, ich muss mich, wie gesagt, gegen Belle Bull versuchen. Ach, ja, wie nett. Dankeschön. Aber egal. Wow. Ist schlecht. Aber egal. Ähm. Erstmal, warum ich nichts aufnehmen kann. Guckt euch ein Video dazu an. Ach, übrigens, sollte er jetzt unerwarteterweise Belle Bull schaffen, werde ich natürlich wieder übernehmen. Dann wird dieser Part beendet und er wird übernehmen. Oh, scheiße. Da, ich weiß, ja. Oh, ja. Ja, 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 hat die da auch mal gesagt. Das kennen wir doch. Aua. Ja, mein letzter Bart geguckt hat ja weich wieder. Naja, Leute, ähm, ich kacke ja gerade ab, wie gesagt. Und, ähm, mein Problem ist, äh, ich zocke zum ersten Mal. Und, weil ich nicht aufnehmen kann, dazu wollte ich jetzt auch nochmal was sagen. Das ist, weil ich, weil die Kamera, die ich benutzen könnte, ich nicht benutzen darf, weil, aua, die der Familie gehört. Und, aua, das ist doch schlecht. Oha, natürlich nur, dass wir das treffen, jetzt nur unser, äh, unser Mario Kart, weil ich werde es nicht, äh, äh, guck euch einfach das dann mal an, das wird lustig. Also jetzt erst mal, äh, formelles, bevor der mich hier tötet, ich hab's spiel's nochmal zum ersten Mal, okay. Ja, haha, das ist jetzt heiße. Bei dem, da aber ich bin, ich glaube, auch gestorben. Ja, ja, Sturblittle Mac, nee, los, komm, schade. Schade, sonst hat er's auch immer so ein bisschen gemacht. Sonst hab ich's versucht, aber egal. Ähm, ja, ja, Wambo, Wambo, wir alle sind Wambo, du wok, wok, wok. Ähm, los, mach gleich Rückkampf. Ja, hatte ich auch vor, ich will nicht so ablosen, stups. Ähm, erst mal vor, mal. Okay, zack, zack, anzustupfen. Ja, ich glaube, heute ist die Kameraeinstellung wirklich im Wetter, aber ich glaube daran, weil ich jetzt ein Handfrei hab und sie festhalten können. Aua, Aua zu früh. Da, ich. Na, drück A jetzt, Mann, wenn da so steht, na gut. Bum, das hatte ich mich so vor. Aua. Was sagt da ein Loch Achmed? Nein. Ein Loch Achmed oder so. Äh, Loch Achmed. Wie ist Elot Achmed auf dieser Welt? Ja, Elot Achmed irgendwie, ja, ne? Aua. Vielleicht hält er auch mit vorne am Achmed. Ich bin mir nicht sicher, was ist sein Name? Bald Bull ist hier in diesem Game. Ich nenne ihn nur Bald Bull, also von der Englischen aus. Jimmy, wow. Wow, wie hast du das geschafft? Keine Ahnung. Toll und wie, wie gewonnen so zack wollen das sein. Ja, also das war mir jetzt gerade echt ein Rätsel. Oh, los. Was, der Anfang? Jetzt. Los, jetzt. Mann, das hat es so früh. Mann. Scheiße, das hätte so schön klappen können. Naja, nochmal wegen mir, jetzt will ich erstmal quatschen. Ich hab außerdem die Kamera losgelaufen. Meine, ähm, Aufnahmemöglichkeit ist sehr schlecht. Ähm, ich werde hier gerade voll verkloppt. Erstens mal, ich hab mal versucht, was zu drehen. Vielleicht auch von Rank Quest 9. Die Auf, diese Kamera, ist sowas von schlecht. Aua. Also wir haben kapiert, die Kamera ist schlecht und wir sollen die einfach mal schnell das Video dazu anschauen. Also die Kamera, nein, ich mach kein Video dazu. Ne, du hast doch so ein Video gemacht schon. Hab ich aber, ich stell's nicht drauf. Ne, Ansage mit die Anmerkundigkeit 7, das Video meine ich. Das findet ihr auch auf meinem Kanal, falls ihr gerade auf meinem Kanal seid oder falls ihr ja gerade, ja. Naja, ich sag euch eins, die Aufnahmemöglichkeit ist sehr schlecht. Erstens, zweitens, ich darf diese Kamera nicht benutzen, als sie auch nicht meine eigene ist und. Ja, das merkt man, die geht ja auch. Hier, zum Beispiel auch Aaron Ryan hat das auch getan. Der schlägt sie in den Kopf, Aaron Ryan hat sie auch so in den Kopf geschlagen. Die werden nicht verbundet, das ist merkwürdig. Das konzentriere ich mich erstmal. Oder so eine Propinlichkeit, die auf die Flasche am Kopf hat, ich meine, was das so auch geht. Ich meine, wie so schaden die so nicht. Aua. Aua, scheiße. Ich meine, übermorgen für Weihnachten. Wieso bist du auch gewesen mit? Dann frage ich mich auch schon sehr oft. Okay, erst einmal down to me. Ja, das habe ich auch schon geschafft. Also, nochmal zusammengefasst. Ich bin, ich habe eine sehr schlechte Aufnahme. Ich bin, 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 ich bin